Jo, willkommen back zu Shadow of War. Heute wollen wir mal ein bisschen... Ist der Karago noch da? Ne. Heute wollte ich mal... Ne, warte. Aufträge. Heute will ich mal die Hauptstory weitermachen. Ich bin der Minas in Tier, oder? Achso, wir müssen nach Minas... Äh... Ungol. Weltkase. Nee, das war's nie. Hä? Ach, halten? Können wir eigentlich hier schon hin? Überlieferung anziehen. Ah, den können wir nicht. Ja, wir können direkt zu diesem... Reise-Ding, zu diesem, äh... Auftrag zum Reisen. Kopftreffer mit aufgeladenen Schüssen sind besonders effektiv gegen Karago, brüllende Krauchs und... Okay. H.D.R.T gedrückt und drücke B, um Schleich beherrschende auszublabla... Wenn eine Todesdrohung gegen einen Feind ausgebrochen wurde. Na komm, hier... So, das sind wir. Ja, das erste, was wir machen. Erstmal Karagoa rufen. Und dahin reiten. Alter, das ist... Und jetzt glaube ich, ihr auch nicht. Vielleicht sind auch andere Karago Reiter, WTF? Na na na! In der Burz so. Niemandsland. Die Angriffe der Orgsarmee kommen von Thirif von Galch. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht aus dem richtigen Namen. deutsch würde ich sagen gerät ungold scheiße für dich schließt dich aber nur an und trage den kampf nach mordor häuptlinge sind überaus mächtige orks die oft von hauptmännern beschützt werden in erfahrung zu bringen wer den häuptling beschützt und diesen beschützer zuerst zu fall zu bringen erleichtert den sieg über den häuptling um ein vielfaches das armee menü zeigt dir welche häuptlinge naja und jetzt okay ach du scheiße was ist denn hier für eine party ja den haben wir gerade schon gesehen ja aha hätte sehr gerne Hey, wie das ist das denn? Finde die Spur des Leibmächters, 5 Baron Schleichtöne. Das ist gar nicht mal so einfach, weil ich sehe kaum was. Das ist gar nicht mal so einfach, weil ich sehe kaum was. Das ist gar nicht mal so einfach, weil ich sehe kaum was. Alter, da steht da so gemütlich Ruhm, was ist das denn? Scheiße. Der versteckt sich nicht so wie wir im Busch, das ist blöd. Achso. Oops. Ah, nice. Wo ist er? Da hinten ist nur einer. Jetzt können wir Action machen. Die Schlitze bl weg schrägert kaum. Hier ist erinnern, den können wir runter machen. Aber zack. Schön durch den Kopf. Ach echt. Das sieht jetzt sicher. Wir müssen uns langsam mal beeilen. Ui. Wir machen ja weg. Wir machen ja alle weg, die wir kriegen können. Ich weiß gar nicht so hundertprozentig, ob wir von allen das so eine Erfahrungspunkte bekommen. Oder ob wir das noch von Quests bekommen oder so. Ich habe wieder vergessen meinen Timer zu starten. Wir können da mittlerweile den Befehl. Ich glaube das wird nichts. Alter, der zieht ihn einfach nicht. Wie geil ist das denn? Wir machen. Wir machen den Timer. Starten. Ich weiß jetzt nie wie lange wir schon aufnehmen. So. Machen wir auch noch weg. Machen wir alle weg hier. Was? Es ist schon so. Und nun hinzu. Ich bin jetzt nicht so. Shit, ey. Horschkrich, Herzfresser. Zu an, Alter. Voll ins Arschloch. Oh, der ist tot. Und die anderen hauen ab. Also der... Hä, was jetzt? Achso. Achso, den mussten wir ja töten. Ja, aber ich halte. Okay, schließen. Was? Soldaten aus Minis, dir wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen die Häuptlinge dieser Häuptlinge zu helfen. Drücke zur Seite bla bla. Arme schon gemacht. Okay. Okay. Wir können jetzt zur Seite drücken, um die zu rufen. Das ist ja nice. Holy Shit, das Ding ist nice. So, irgendwie nur über 1000, wir können was freischalten. Ich nehme das hier. Mehr EP. Kann man auch mal machen. Hey. Nicht weglaufen. Komm her. Jetzt gehen wir weiter zur Story. Nicht weglaufen. Als die kommen muss, weil die Sonne schon wieder blendet. Geh dann mal runter, ja. Also geil, du kannst mit dem Charakter einfach hier durchdüßen. Und niemanden juckt's. Also schon, aber mich halt's nicht. Wenn hier schön ist. Der Kargo ist mir weg. Das war das so ein... Bestimmtes war so ein zu brauchner Spiel. Hmm. Ah, guck an. Sorry. Wo ist der Kargo? Hey, wo ist denn die Story? So. Ne, oben ist es nicht. Hier. Hä, ich muss ausruhen? Wie komm ich da hin? Hier ist nämlich Wasser. Ah, hier ist der. Ja, hier ist eine Höhle. Ich hab' ich nicht gesehen. Alter, ich seh' nix, ey. Kerrer zu Kankern zurück, um mehr über die Gefahren von Minas, wie viel zu erfahren. Du gibst zu viel auf diese Spinner. Die zeigt ja nur was im Leben. Und was ist das, was du denn? Nina sieht hier unversehr. Oh, so selbst. Wie ist das ab? Und legt nicht mehr. Und jetzt ist das mal unser Beunregelte der Wind. Jetzt schreibe ich meinen Schissern in den Haustdorf. Ich weiß, was du fürcht bist. Kankras Vision ist nicht untereinander nicht. Der Hexenrein. Das ist die Macht der Unterwerfer. Der Ring versklagt den Geist der Menschen. Was kann ich tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Okay. 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 Luz, bakalo. muss ich dazu jetzt hier auch außerhalb der karte gucken selber hier ist irgendwas am bachano war dieser typ ich bin mal ganz kurz weg schlussmann das rolle runter machen so schnell was muss ich denn machen mit dem controller besiegen bogenschütze oder den raum auszulösen das ding ist das ist oh so 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 Das ist schwierig mit dem Cargo. Dann kann ich auch ein bisschen Unruhe stiften, scheiße ich habe keine Pfeile mehr. Ich hoffe die kommen jetzt nicht herunter. Da ist ein Cargo. Shit. 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 Ich habe da oben müssen. Ich habe da oben. Ich mache den jetzt hier. Nein habe ich nicht. Das habe ich gesehen, wie du mich in die Schatten gezerrt hast. Okay, das ist der letzte. Oh ja. Schnee hoch. Alter. Biss mal. Armut der Herzlose. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ah ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir schummeln nur ein bisschen. Ja, Mann. Vielen Dank. Warme in your face, alter. Ich würde das Item rinden da jetzt hin. Alles mit dir? Davon ist noch was. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das kann ich auf die Gude springen. Ich renne hier weg. Ich habe keinen Bock mehr auf das Vieh. Scheiße, scheiße. So. Ich würde sagen, ich würde erst mal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, kommentiert fleißig und gebt ein Like. Guck mir Snapchat und Instagram vorbei. Und dann mögen die Götter mit dir sein. Tschüss.